Musik Musik ja grüß dich du da ist der bürger ja grüß dich ähm du folgende frage ich habe mir du denkst ich würde mich gerne mit den Gitarren beschäftigen und ich habe gehört du hast da ein paar daheim ja das stimmt da hast du recht aber ganz schön habe ich daheim was muss ich in teuren Millimetros vielleicht einmal nicht ausleihen kann ach das ist ja gar kein problem ich würde dir so gerne Gitarren verleihen du kommst einfach vorbei und suchst da eine aus wo nicht schmarrn jetzt oder was ja freilich ja voll geil äh ja keine ahnung wann können wir jetzt dann oder wie ja ich bin daheim kein problem ja voll geil passt dann 10 Minuten so ist es bin ich da gut passt ja 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 Kommst du gleich an die Haustür? Ja, da will ich nicht sehen, glaube ich. Geht's gut, jetzt geht's gut. Hopp! Hopp! So! Jetzt muss ich mit dir. Hopp! Okay, da stehen jetzt. Kommst du an die Haustür? Okay. Dann haben wir eine Haustür und einen Koffer. Einen Koffer aus dir, so ein Uwe Zitterberg. Na ja, ist egal. Meist? No. So. Das ist voll geil, du. Kann ich mir die ausleihen? Alles klar. Alles klar. Ach so. Ich höre mich schlecht. Kommunionstücke, gell? Der Haustür kann man ja nicht. Das ist ein altes Tool, das ist ein überwögenwertes Ding. Die kann ich mir ausleihen, sonst. Passt? Aber auch passen lässt man so genau. Das lese ich nicht. Aber ich liebe auch den Tee eigentlich. Passt? Na ja, Koffer brauche ich auch nicht. Nein. Den nehme ich ja so mit. Nein. Also Blüge. Ja, passt? Voll Spaß, ne? Und? Ja, werde ich haben. Ist doch. Wollen Sie sich mal zeigen, ne? Was will ich denn überhaupt bringen? Ja, ja. Gar nicht. Kannst du schon mal ein paar Wochen breiten. Passt? Ja. Passt, gut. Okay. Also dann. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Alles klar. Dann. Servus. Bis dann. Ciao. Na ja, geht schon besser. ein guter Koffer. Na ja. Ah, grüßte. Hallo, ich herz'n. Hallo, ich bin ehrlich zu mir. Grüß dich mit mir, okay? Du bist das Stück gnarisch, du bist komplett am Arsch? Sowine, das finde ich gut. Aha. Nicht? Nein, wenn es wirklich ist, dann ... Ja, aber klingt wie eine Tischplüche eins. Ja, klingt noch etwas ausschauen, tue, gell. Klingt wie eine Tischplüche eins. Ja, nein, wenn es wirklich ist, dann ... Dann bringst du es meine Pabdeesse in Auber, der wicht sie da her, gell. Tschüss! Cause I'm broken when I'm open And I don't feel like I am strong enough Cause I'm broken when I'm lonesome And I don't feel like I'm strong enough